die dhv news vom 23 april 2021 pks 2020 verfolgungsdruck auch in corona zeiten gestiegen usa virginia beschließt legalisierung herzlich willkommen bei den dhv news ja liebe handfreunde heute habe ich wieder einen ganzen sack voll stoff dabei jede menge zeug zu erzählen hier und kein termin nachher also kann ich in ruhe ein bisschen was erzählen einige vorbemerkungen habe ich sogar schon auf dem zettel bevor überhaupt richtig losgeht und der erste punkt ist der tod von kosei k der 19 jährige aus delmenhorst der nach einer cannabis kontrolle in polizei gewahrsam gestorben ist nach einsatz von pfefferspray da waren kommentare warum ich da letzte woche nichts zu erzählt habe und so weiter also ich erwähne es zumindest dann hier mal ich habe nichts dazu gesagt weil die todes umstände halt völlig unklar sind noch da fehlen noch informationen erst hieß eben auch mal weiß nicht welche drogen der genommen hat oder so da wissen wir jetzt scheinbar okay es nicht an der drogenüberdosis gestorben oder so die einen sagen hat sich gewehrt dolle die anderen nicht ja also die genauen todes umstände sind halt nicht ganz klar und da mag ich nicht rum spekulieren auch wenn natürlich ein schönes aufregert thema ist aber der punkt den man sicherlich sagen kann der junge mann wäre nicht tot und das ganze thema wäre gar nicht passiert der ganze vorgang wenn kann aber es legal gewesen wäre und die polizei sich nicht irgendwie genötigt gesehen hätte durch die gesetze überhaupt auf die jungen leute da in der parkbank zuzugehen so weit kann man sicher sagen und wer mehr davon wissen will links in der video beschreibung lest mal ein bisschen nach ich mag es an der stelle jetzt hier noch nicht skandalisieren in dem sinne dann habe ich noch gleich drei video hinweise ich habe letzte woche ja schon gesagt ich bin gerade am rumtingeln mit allen möglichen politikern online gespräche am führen und parteigliederungen und so weiter und jetzt gibt es zwei videos online von letzter woche einmal das was ich direkt nach der aufnahme der letzten news gemacht habe das gespräch mit den grünen in hamburg das ist so auf youtube jetzt zu finden ich habe es verlinkt in der video beschreibung und es ist erfolgreich gewesen macht spaß auch mit den leuten da mal in ruhe zu reden aber ich glaube 2000 views sind jetzt überschritten bei diesem video und ich habe mal ein jahr zurück gescrollt da in der video timeline und zwar das erfolgreichste video des letzten jahres bei den grünen in hamburg im youtube-kanal dank euch die das alle interessiert irgendwie die da mal reingucken wenn ich da vor ort mit denen rede vielen dank ja das hilft uns weiter das hilft dem thema wenn die parteien dann da merken das thema brennt ja wirklich richtig und wenn der dhv da noch kommt ist die bude auch noch voll irgendwie wenn wir darüber reden das kann nur gut sein genauso wie bei arnd glocke dem landtagsabgeordneten aus nrw grüne der hat auf instagram mit mir ein pläuschen geführt und das habe ich euch auch verlinkt in der video beschreibung auch das ist sehr erfolgreich gelaufen von den zuschauerzahlen her von daher gerne so weitermachen ja kommt immer ein bisschen mit wenn ich irgendwo hingehe die nächsten termine werde ich dann nachher bei den terminen nennen diesmal sind auch interessante dabei gleich hintereinander links jugend und junge union zwei tage hintereinander weg größeren spagat kann man kaum machen dann noch ein video dhv-kanal ein bisschen smoke in wehleidigkeit haben wir rübergebracht zum ford twenty day weil ja im prinzip die eigentlichen die smoke insti normalerweise veranstaltet werden zum zwanzigsten vierten zum internationalen cannabistag alle ausgefallen sind logischerweise wegen corona macht keinen spaß da sowas zu organisieren aber wir haben euch ein paar zusammenschnitte aus dem girlitzer park der letzten jahre geliefert hier im kanal mit einem kleinen ausblick ja dass wir wenn alles gut geht nächstes jahr wieder eine fette sause machen können da und ford twenty wieder richtig feiern können also die szene lässt mehr oder weniger ford twenty ausfallen auch international habe ich da nicht viel von gehört von irgendwelchen riesen smoke ins aber die medien waren trotzdem heiß drauf und haben jede menge artikel gebracht zu dem thema und durch als beispiel kann ich mal nennen hier die grünen in thüringen fordern die legalisierung von cannabis zum ford twenty day und überhaupt alle progressiven parteien die irgendwie was mit cannabis zu tun haben haben pressemitteilungen rausgegeben ist video statements auf sozialen medien und so weiter war richtig was los an ford twenty und ja auch das natürlich ein guter punkt ja man sieht an man allen die ganzen interviews und den den parteien die sich melden aktiv zum ford twenty day cannabis ist ein wahlkampf thema ja wir sind im bundestagswahlkampf langsam und die parteien feiern da aus allen rohren die cannabis legalisieren wollen gute sache so und in dem zusammenhang ist auszusehen mein erstes thema mit überschrift der ford twenty medien hype hat sicherlich auch dazu beigetragen dass viel presse mit meldungen gab über einen kleinen gag sozusagen in den usa aber in verschiedenen staaten und von verschiedenen aktivisten und von firmen ist cannabis verschenkt worden an leute die sich gerade haben impfen lassen soll es kleines goodie geh sich impfen lassen danach kommst mit der bescheinigung zu uns kriegst ein grämmchen cannabis zur belohnung als kleiner kleines geschenk also in deutschland wäre das wahrscheinlich noch ein riesenskandal selbst nach der legalisierung ja wenn man da irgendwie cannabis verschenken würde einfach so aber in usa netter medienwirksamer gag der an ford twenty am 20 vierten richtig rein knallt sozusagen und auch in deutschland jede menge pressetreffer hat und noch mal ford twenty muss man wahrscheinlich sagen auch ford twenty hat auch diesen bericht inspiriert in der bild zeitung die haben unsere promis für legalisierung kampagne noch mal gefeatured ja es ist ja schon eine weile her dass wir die vorgestellt haben unsere ersten promis die sich mit uns zusammen bekannt haben und ihre argumente uns geliefert haben warum sie für die legalisierung von cannabis sind das war jetzt sozusagen noch mal in der bild zeitung insbesondere mit mark benecke und rainer biesinger beide mit ihren argumenten konnte noch mal schön da ausbreiten sozusagen warum sie für die legalisierung sind und das ganze garniert sozusagen dann auch mit den promis in den usa die für legalisierung sind in der bild zeitung reichweiten starke sache wunderbar wenn auch da mal andere zielgruppen erschlossen werden sozusagen und wenn wir da ein kleines fünkchen mit unserer promi kampagne beigetragen haben dazu dass dieser artikel zustande gekommen ist dann soll uns das freuen und danke an unsere promis die da auch weiter fleißig dranbleiben gute sache link dazu in der video beschreibung wie immer auch für die die gar nicht wissen wovon ich rede hier mit promi kampagne und so ja der wird euch auch noch mal verlinkt so jetzt kommen wir zu ernsten themen ja leider an ford twenty die leute haben ja irgendwie nicht nicht sofort auf titel auf irgendwas geantwortet habe ja der feiert bestimmt gerade wie irre vor twenty aber nein ich habe am 20 vierten einen artikel schreiben müssen über die polizeiliche kriminalstatistik 2020 müssen in dem fall weil keine guten nachrichten es war ja eine große frage was passiert im corona jahr 2020 mit der zahl der strafverfahren gegen cannabis konsumenten insbesondere es gab ja mehrere parameter die sich da verschoben haben einerseits keinen viel weniger leute auf der straße in der öffentlichkeit unterwegs in parks auf plätzen und so weiter war es ein bisschen ruhiger viel mehr polizeipräsenz gleichzeitig die eben auf diese ganzen abstandsregelungen achten mussten und so weiter jedenfalls in manchen monaten im jahr und gleichzeitig war natürlich deren aufgabe im park jetzt nicht unbedingt die kiffer irgendwie anzuzeigen wenn sie da welche sehen sondern auf die abstände zu achten von daher ich war völlig unsicher ob jetzt die zahlen rauf oder runtergehen jetzt haben wir es der verfolgungsdruck ist weiter gestiegen ein ernorter rekordwert hat sich ergeben im jahr 2020 die pks polizeiliche kriminalstatistik weist insgesamt 227 958 cannabis delikte aus also einzelne strafverfahren im zusammenhang mit cannabis 2838 verfahren mehr als 2019 ist jetzt kein riesen zunahme aber doch eine zunahme und insbesondere eben bei den allgemeinen verstößen also von diesen ganzen cannabis verfahren waren 188 453 verfahren im zusammenhang mit allgemeinen verstößen im zusammenhang mit cannabis das heißt konsum nahe taten wo kein handel schmuggel größerer mengen und so weiter mit bei ist sondern das was eben klein besitzt kleiner mengen und so ein vielleicht ein fuhr geringer mengen sowas 188 1453 und das waren knapp 2000 fälle mehr als im jahr davor das heißt der ganze zuwachs wieder mal oder der größte teil vom zuwachs ist auf konsumenten verfahren entfallen nicht etwa auf dealer und damit waren auch 83 prozent aller cannabis verfahren gegen konsumenten gerichtet nicht gegen händler das muss man wieder im kopf haben wenn politiker sagen konsumenten in deutschland sind ja entkriminalisiert es gibt diese freien mengen da passiert ja gar nichts ja ein strafverfahren passiert auf jeden fall auch wenn es nachher eingestellt wird viele von diesen verfahren werden eingestellt aber man hat ein strafverfahren und das im massenverfahren von 188 tausend fällen in deutschland im jahr 2020 wieder neuer rekord übrigens in dem zusammenhang interessanter gedanke nochmal es wird ja bei der entkriminalisierung der konsumenten unter anderem auch über das portugiesische modell sehr viel diskutiert das heißt da werden strafen nicht ausgesprochen dafür werden die leute aber zitiert vor ein experten gremium dass die leute sich mal angucken soll ob die vielleicht ein problem haben mit drogen ob die vielleicht beratung brauchen die man ihnen dann anbietet und so weiter jetzt freue ich mich wer soll das denn machen bei 188 tausend strafverfahren im jahr die suchberatungsstellen sind jetzt schon unterfinanziert die können schon die schweren fälle kaum alle bearbeiten es gibt wartelisten für 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 gespräche und behandlungen und so weiter die die sind total unterfinanziert und dann wollen die politiker denen auf einmal fast 200.000 leute im jahr zusätzlich ins system drücken die überhaupt kein problem haben größtenteils ja mit ihrem konsum kann so nicht funktionieren würde ich jetzt mal annehmen wir brauchen eine konsequente entkriminalisierung ohne irgendwelche zwangsmaßnahmen aber man muss eben auch dazu sagen dieser anstieg den ich hier skizziert habe hat sich verlangsamt wir sind also jetzt im prinzip die letzten jahre jedes jahr von rekord zu rekord gesprungen und zwar in großen schritten eigentlich in 2019 ist der anstieg noch um 7000 fälle gewesen bei den konsumnahen strafverfahren und 2018 waren es sogar 13.000 fälle mehr als im vorjahr also riesen schritte vorwärts sozusagen richtung neuer rekord richtung mehr repression und dieses jahr war der anstieg halt geringer mit 2000 zusätzlich konsumenten verfahren von daher kann man sagen deutschland ist weiterhin ein sehr repressives land was cannabis angeht extrem hoher verfolgungsdruck für konsumenten nach wie vor auch steigend weiterhin aber man kann jetzt weiterhin darüber spekulieren ob die verlangsamung der zunahme der repression mehrjähriger trend ist ja dass man jetzt so ein bergerreichender in der kurve oder ob das doch an corona lag dass es nicht ganz so ein hoher anstieg war wieder vor nun mal zur bundespolitik es gab eine kleine anfrage der linken um das thema unabhängiges experten gremium zur beratung der bundesregierung in sachen drogenpolitik das sind thema schon seit jahren in der diskussion ich erinnere da an die resolution der 123 strafrechtsprofessoren für eine enquete kommission die die drogenpolitik der bundesregierung ganz grundsätzlich auf den prüfstand stellen soll 2013 also acht jahre her jetzt mittlerweile die hälfte der deutschen strafrechtsprofessoren hat da gesagt wir haben ein problem hier in der drogenpolitik wir müssen das mal genau angucken und jetzt gab es ja letzt im letzten jahr noch mal die petition der initiative my brain my choice in die gleiche richtung von wegen unabhängiges experten gremium soll die politik mal anständig beraten und es gab auch zwei mal schon so ein experten gremium das erste mal war es tatsächlich eine progressive runde sozusagen unter der grünen drogenbeauftragten christian nickels auch 20 jahre her und dann kam noch mal ein anderer anderer experten rat der war aber besetzt mit verwaltungsleuten aus krankenkassen und behörden und so weiter das war ein zahnloser tiger die haben da nur ein bisschen besprochen okay wie haben wir noch ein bisschen geld für irgendwelche präventionsmaßnahmen der krankenkassen hin und her aber keine wirkliche ernsthafte auseinandersetzung mit drogenpolitik ganz grundsätzlich die da stattgefunden hat so ist natürlich auch klar die bundesregierung man kann natürlich auch mit so einem gremium gar nichts anfangen ja die werden ja immer der bundespolitik sagen also wirklich fachleute dass die drogenpolitik miserabel ist so wie sie jetzt gerade ist und wenn man auf teufel kommen raus einer fakten resistenten ideologischen drogenpolitik festhalten will als regierung da kann man natürlich auch keine experten gebrauchen ja dann will man die gar nicht irgendwie auf dem schoß sitzen haben und jetzt in den antworten der bundesregierung auf die aktuelle anfrage zu dem thema die liegt uns vor diese diese antworten liegen uns vor da wird halt ein weiterer versuch unternommen zu erklären warum man jetzt eben so ein beratergremium nicht für nötig hält und jetzt wird halt argumentiert man will eben keine starren strukturen schaffen sondern anlassbezogen und flexibel mit experten sprechen dieses argument wird sowohl auf marlene mortler angewendet als auch auf daniela ludwig als nachfolgerin beide haben aus diesem grund im prinzip jetzt kein solches gremium eingerichtet sage heißt es in der antwort und für für frau ludwig's zeit wird dann ausdrücklicher auf termine hingewiesen die sie gemacht hat auch mit reformorganisationen wie zum beispiel lieb law enforcement against prohibition deutschland und auch dem deutschen handverband und das hat ja tatsächlich stattgefunden dieses gespräch und das ludwig überhaupt mit uns gesprochen hat ist sicherlich ein fortschritt im vergleich zum beispiel zum mordler die das nicht getan hat schritt in die richtige richtung aber wir haben uns eben auch nur einmal getroffen einmal ein stündchen gequatscht und das war es dann ja so ein gespräch kann natürlich auf keinen fall eine grundsätzliche strukturierte organisierte auseinandersetzung grundsätzliche auseinandersetzung mit der deutschen drogenpolitik ersetzen ja so wie die das da argumentieren von wegen wir brauchen das nicht wir haben ja mal einen kaffee mit mann verband getrunken das ist natürlich unsinn von daher wir schließen uns der forderung an nach so einem experten gremium enquete kommission oder wie auch immer wir denken auch dass die deutsche drogenpolitik grundsätzlich überprüft gehört und nehmen dann auch gerne teil an so einem gremium wenn es dann irgendwann mal eingerichtet wird noch mal bundestag man hat den eindruck dass niemand von den linken und die linken insgesamt im bundestag jetzt noch mal zum endspurt des wahlkampfs sich ordentlich gedobt haben und mal richtig loslegen die feuern gerade einen antrag nach dem anderen raus und jetzt haben sie inspiriert wahrscheinlich auch durch die probleme mit dem chemie gras ja die synthetischen kann aminoide in marihuana getarnt haben noch einen antrag auf einführung von drug checking eingebracht und gestellt gute sache ja ich habe gar nicht damit mehr gerechnet hat jetzt vor der wahl noch irgendwelche anträge kommen aber die linken hämmern da immer noch einen nach dem anderen raus details dazu in der video beschreibung inklusive verlinktem antrag komplett und pressartikel aus der weiß ich bin jedenfalls auf die diskussion gespannt im bundestag weil bei dem thema denke ich mal haben wir eine mehrheit im bundestag wenn man jetzt mal vom fraktionszwang absieht die cdu kann wahrscheinlich auch da wieder abblocken und die spd zwingen da nicht dafür zu stimmen aber auch frau ludwig hat sich zum beispiel schon positiv zu drug checking geäußert insofern bin ich gespannt wie das jetzt da weitergeht mit dem antrag und jetzt komme ich wieder zurück in die usa waren wir heute schon mal aber jetzt mal ohne 420 und lustige give away cannabis geschichten zur impfung sondern hard facts und toller hard fact in dem fall und zwar virginia der gouverneur von virginia hat das neue cannabis gesetz unterschrieben jetzt und ich habe da schon drüber berichtet dass das einerseits schon in diesem juli den eigenanbau erlaubt ja ist es legal in virginia dann ab juli eigenes cannabis anzubauen auch zu besitzen und so weiter konsumenten komplett entkriminalisiert aber ich habe gezögert virginia auch zu den liegeleis staaten zu zählen und habe mich jetzt doch dazu durchgerungen virginia legalisiert cannabis und ich habe deswegen gezögert weil die haben noch kein fertiges gesetz die details stehen alle noch nicht fest ist alles völlig unklar und das gefällt mir nicht virginia ja kannst du nicht ein anständiges gesetz sofort verabschieden wie die anderen dann auch machen ja ab dann kann man zählen gesetz verabschiedet alle details klar gouverneur hat unterschrieben wunderbar oder volksabstimmungen da sind auch schon sehr detaillierte konzepte die da dem volk zur abstimmung vorgelegt werden ist die sache auch klar aber virginia hat einfach nur eine deadline timeline irgendwie beschlossen gesetzlich die haben gesagt ja im sommer 2024 legalisieren wir cannabis wie genau keine ahnung aber irgendwelche gremien werden das bis 2024 auf jeden fall machen ja ich finde das blöd ich hätte gerne irgendwie ein anständiges vernünftiges fertiges gesetz um hier virginia mit zu zählen aber gut ich schließe mich da den amerikanischen kollegen an die sagen auch virginia hat legalisiert und der beschluss steht ja nun mal im parlament und der gouverneur ist auch dafür von daher okay sind wir mal nicht so zählen wir virginia mit zu den legalis staaten und damit steigt die legalisierte weltbevölkerung um die 8,5 millionen einwohner von virginia damit haben wir insgesamt dieses jahr schon einen zuwachs von 30 millionen menschen die in gebieten leben in denen die vollständige legalisierung von cannabis beschlossene sache ist es sind ja schon new york und new mexico die beiden us-staaten vorher dazu gekommen und sind jetzt bei 177,9 millionen menschen legalisierte weltbevölkerung so jetzt habe ich das virginia ding auch erledigt sonst hätte ich jetzt noch zwei jahre immer drauf gewartet ja ist es jetzt soweit oder nicht naja ja ist jetzt soweit zack noch mal usa noch eine wichtige sache es gibt einen neuen anlauf für den safe banking act der ist schon mal beschlossen worden kurz vor der präsidentschaftswahl unter trump noch im haus ja die eine hälfte der kammer des parlaments wo die demokraten auch da schon die mehrheit hatten und der safe banking act sagt dass amerikanischen banken erlaubt werden soll mit unternehmen geschäfte zu machen die im cannabis verkaufen die in den staaten wo legalisiert wurde die gibt es ja ganz normal legale shops aber die durften bis jetzt eben nicht mit normalen banken zusammenarbeiten und überweisungen ans finanzamt machen und so weil eben nach bundesrecht illegale ware so und das wollen die jetzt gerade ziehen und sagen ja komm den staaten wo die hat dürften da sollen die auch eine bank benutzen dürfen ja und die banken sollen da auf das geld nehmen dürfen und das damals im senat dann gescheitert wo die republikaner noch die mehrheit hatten und jetzt wir beschluss im haus und jetzt geht es wieder in senat wo jetzt auch die demokraten die mehrheit haben und man hört aber munkeln dass die da vielleicht gar nicht so einen bock drauf haben sich damit jetzt zu befassen weil wohl da jetzt auch führende demokraten gerade dabei sind schon an einem kompletten legalisierungsgesetz zu schrauben für die ganzen usa und da so einen kleinen beschluss irgendwie gar nicht gebrauchen können der dann vielleicht den wind aus den segeln nimmt und sagt naja gut jetzt haben wir ja einen cannabis beschluss brauchen wir nicht das ganz große ding auch noch hinterher die wollen vielleicht sogar das ganz große ding zuerst machen also spannende sache gleichzeitig hat auch noch präsident beiden nochmal bekräftigt er ist persönlich nicht für die vollständige legalisierung er will nur die konsumenten entkriminalisieren und ganz viel prävention machen und so und er hat auch gesagt er würde sich noch offen lassen ob er dann ein legalisierungsgesetz unterschreiben würde wenn das parlament das verabschiedet also ganz spannende sache da jetzt gerade bin gespannt wie das weitergeht und der letzte punkt usa noch mal usa dallas in texas texas gehört jetzt nicht unbedingt zu den super progressiven us-staaten südstaat die haben noch nicht legalisiert wie manche anderen und aus dallas kommt jetzt die nachricht dass man das da jetzt ernst nehmen will mit der entkriminalisierung der konsumenten die stadt hatte das schon früher gesagt dass sie das will und dass die kifferjagd jetzt nicht unbedingt deren priorität ist aber dann haben sie festgestellt dass die polizei einfach munter weiterleute wegen cannabis verhaftet und angezeigt hat und so und übrigens auch mal wieder mit racial profiling und so fast nur bei schwarzen und braunen amerikanern ja also übersetzt von 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 amerikanischen freunden die sagen auch schwarz und braun im gegensatz eben zu den weißen amerikanern weiß heutigen nicht spanischer herkunft die war nämlich nur zu neun prozent von diesen anzeigen betroffen nur neun prozent der gesamten strafverfahren wegen cannabis besitz gegen konsumenten hat weiße amerikaner betroffen 91 prozent eben die anderen obwohl eben ja dreimal so viel weiße insgesamt an der bevölkerung da sind ja irgendwie 30 prozent statt neun oder so naja aber das so nebenbei ja also dieses racial profiling ist in usa tatsächlich auch in anderen staaten ein wichtiges argument in new york war es ja gerade wesentlicher begründung für die legalisierung naja also jetzt kommt eine offizielle anweisung des polizeichefs in dallas an alle polizisten die sagen jetzt ja lasst die leute in ruhe ja bis jetzt war das eben keine anweisung der polizei sondern nur so eine politische willensbekundung und jetzt sagt polizeichef selber okay schluss jetzt damit lasst die leute mit zwei unzen cannabis in ruhe wenn ihr die erwischt wenn natürlich wenn die nicht handeln ja wenn handeln nach gewesen wird ist wieder was anderes aber einfach jemand der mit zwei unzen rumläuft zum eigenverbrauch den sollen die einfach ja jedenfalls nicht anzeigen und zwei unzen das sind knapp 60 gramm ja also das einzige was passiert die werden beschlagnahmen das schon ja die polizei wenn die das irgendwie mitkriegt ja behält die 60 gramm und dann dürfen die leute halt gehen ja ohne irgendeine strafe oder sonst was und das ist schon das nenne ich schon wirklich konsequente entkriminalisierung gerade wenn man das klein klein sich anguckt was in deutschland jetzt hier immer diskutiert wird ja mit geringer menge strafverfahren bei sechs gramm oder bei zehn gramm und ich sage komm 60 was schon dass die leute in ruhe ja und damit bin ich wieder bei den terminen diesmal auch wieder mit eigenen wie angekündigt am anfang aber erst mal ortsgruppen in koblenz geht's los offenes treffen der ortsgruppe am 25. april ja dann schon mein nächster auftritt 27. april am dienstag nächsten dienstag bei solid day links jugend in baden-württemberg ich weiß übrigens gar nicht ob das nachher online zur verfügung stehen wird weil das so ein interner big blue button diskussionsdings ist aber ihr könnt damit gucken müsst euch da nur vorher melden anmelden ja infos dazu bei uns in den terminen auf der dhv seite link in der video beschreibung ihr müsst euch da anmelden wenn ihr das sehen wollt dann ortsgruppe rhein-neckar auch dienstag 27 da genauso wie hamburg ortsgruppe klönschnack 27 april und dann mein nächster auftritt am nächsten tag nach der links jugend in baden-württemberg bin ich dann eingeladen worden von der jungen union jungen union im herzogtum lauenburg und stormam das ist natürlich prima von der jungen union lasse ich mich besonders gerne einladen weil da halt nur richtig diskussion zu erwarten ist und weil ich da noch irgendwie wirklich missionen habe ja weil ich da noch was zu tun habe weil da habe ich natürlich nicht nur lauter befürworter mit denen ich mich da unterhalte insofern freue ich mich da drauf das wird spannend und auch da genau das gleiche ja dann ist nicht sofort einfach online gestreamt sondern ihr müsst euch da anmelden auch da die infos wo und so weiter in der video beschreibung beziehungsweise bei den terminen auf der dhv seite und dann haben wir noch mal ortsgruppe rhein-neckar mit der online team sitzung am dritten mai braunschweig offenes treffen vierter mai und hamburg die gruppe noch mal am vierten mai alles online übrigens kein einziger präsenztermin dabei und ein bisschen habe ich gelogen als ich gesagt habe ich schreibe jetzt alle meine termine hier in diese timeline rein meine englischen termine die mittlerweile auch irgendwie jetzt zwei anstehen schreibe ich da nicht rein ja wenn ihr die auch mitkriegen wollt müsst ihr halt auf social media gucken sowieso solltet ihr dem handverband folgen wenn ihr noch mehr mitkriegen wollt als das was ich in den news erzähle guckt euch auf twitter facebook wo auch immer die handverband kanäle an abonniert die guckt was wir da machen und da kriegt ihr dann wahrscheinlich auch mit wenn ich da mal englisch quatsche aber müsst ihr gar nicht haben ihr seid recht wenn ihr nicht guckt das ist dann für die anderen europäer das war's für heute ich freue mich wenn ihr dieses video liked den kanal abonniert die glocke streichelt und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und grüße am abend das war's für heute Untertitelung des ZDF, 2020